Herzlich Willkommen bei Gospel Rap auf dem Weg in die Charts. Mein Name ist Simon S. und wir drehen heute den zweiten Vlog zu unserem Merchandise-Projekt. Was ist denn hier los? Servus, Kamera. Das ist eine gute Ehefrau, sie hat gekocht. Schaut mal, was sie gekocht hat. Einst nices Essen hier. Wir haben mittlerweile Besuch bekommen. Bella. Juhu. Ja, ihr wisst ja Bescheid, wir drehen heute quasi den Vlog zum Merchandise-Projekt. Sprich, eigentlich geht es ja nicht um den Vlog, sondern es geht um das Merchandise. Und da sind wir jetzt fleißig dran. Heute sind, haben wir die Muster am Start, gell? Yes. Yeah. Die Bella hat heute quasi die Muster mitgebracht. Die gehen wir jetzt dann durch und schauen mal, was wir dann so im Gesamten an Produkten anbieten werden. Das Ganze wächst und wächst und macht riesig Spaß. Und jetzt essen wir erstmal. Also Leute, wir haben jetzt hier die kompletten, was hat denn heute alles am Start? Hoodies, was sagt ihr zu dem Hoodie, Ladies? Was haben wir geplant als Produkte? Wir wollen anbieten Sweater, Hoodies, Sleeveless Shirts, Basecaps, T-Shirts. T-Shirts. Was sagst du? Eventuell Taschen. Ja, eventuell Taschen. Und Tanktops für die Ladies. Also da lassen wir die Sleeveless Shirts weg. Also haut doch echt mal in die Kommentare rein, was euch noch so interessiert. Was könnte euch interessieren? Ich denke, wir decken auf jeden Fall ein großes Produktspektrum ab. Wir ziehen jetzt gleich mal alles noch an und zeigen euch mal die ersten Muster, was wir jetzt eben noch unbedruckt hier am Start haben, was wir dann besticken und noch individualisieren und einfach noch aufwerten weiterhin. Fairware. Fairware. Okay, Leute, das ist jetzt hier die schwarze Version des Hoodies. Unisex wird es für Männer und Frauen ihnen geben. In our... 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 Bin ich so schön? Hoho. Natürlich, Böder. Das waren eben jetzt die Modelle der Ladies im Schnelldurchlauf Schreibt mir mal unter die Kommentare was euch besonders gut gefallen hat was nicht Letztendlich Scheiße Wir machen sowieso Nein, haut mir eure Kommentare raus haut mir eure Kommentare raus das waren jetzt eben die Modelle für die Ladies und jetzt kommen die für die Männer Freunde, wir haben uns jetzt entschlossen wir werden auf jeden Fall 6 Produkte anbieten Hoodies, Sweater, T-Shirts, Tanktops für die Ladies Sleeveless Shirts für die Männer und Basecaps Wir werden nochmal eine zweite Runde drehen so mit den Mustern die Hälfte der Muster die passt die ist auf jeden Fall super werden aber auf jeden Fall nochmal eine drehen müssen jetzt sage ich schon wieder auf jeden Fall das war alles schneidet auf jeden Fall der Yannick etwas rein und wird mir eine reinziehen Für all diejenigen, die zum ersten Mal den Vlog schauen Yannick ist meine studentische Hilfskraft Nein, Yannick ist der Editor der schneidet diesen Vlog regelmäßig Yannick, grüße an dich Danke für deinen Job du machst einen sehr guten Job Wir sind jetzt durch Das war Wir sind auf jeden Fall durch Wieder mal sehr geistreich Aufschlussreich Aufschlussreich Ja, wir sind gut vorangekommen Wieder neue Pläne, neue Aufgaben für mich Und es geht weiter Es geht dann Dream Team Dream Team Und was noch? Farewell Farewell Also ihr seht, wir haben jede Menge Spaß Voll witzig Und ähm So much fun So much Es geht gut voran Freu dich auf die Produkte Freu dich auf den Merchandise Uns macht's mega Spaß Und wir sind raus für heute Haut rein Peace out Peace out Simon S. Kommentiert, like, teilt, ihr wisst Bescheid Haut raus Und so Farewell Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal